Jo, was geht ab Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie der neue Car-to-Car-Merch funktioniert, wie ihr jedes Auto von euch modden könnt und dieser Glitch klappt auch ohne Timing und ist super einfach. Noch eine kleine Info, bevor das Video gleich weitergeht, unter diesem Video werdet ihr einen Thanks-Button finden mit einem Herz, da könnt ihr natürlich gerne einmal raufklicken, um mich zu unterstützen, danke an jeden Einzelnen, der mich damit unterstützt und jetzt geht's weiter mit diesem Video. Und für den ersten Schritt begehen wir uns jetzt einfach einmal zur Arena-Werkstatt, laufen dann hier vorne einfach einmal an diesen Schalter ran, drücken hier einmal die Fall-Taste rechts und in diesem Menü hier treten wir jetzt einfach einmal ANAWAG bei, das ist dieser Bot hier, ANAWAG 2P4, da gehen wir jetzt einfach einmal auf Beitreten, dann sollten wir unten rechts die Meldung bekommen, die ersten Meldungen akzeptieren wir jetzt einfach ganz schnell einfach einmal mit X und in der letzten Meldung, das ist genau diese Meldung hier, warten wir einfach einmal ein bisschen drinnen, haben wir diesen Schritt dann richtig gemacht, sollten wir auch schon sehen, sobald wir die letzte Meldung akzeptieren, wir spawnen wieder in der GTA Online Lobby, hier jetzt auch ohne die Minimap, also unten rechts, unten links meine ich, wird keine Karte mehr angezeigt. Jetzt sagen wir unseren Freund einfach einmal, dass er uns ins LSK-Meet einladen soll, haben wir denn die Meldung von ihm bekommen, nehmen wir die Einladung einfach einmal an, so dass wir gleich auch schon im LSK-Meet drin spawnen. Nämlich sobald wir gespawnt sind, holen wir einfach einmal unser Handy raus, gehen einfach einmal auf den Mechaniker und fordern jetzt das Fahrzeug an, wovon wir die Tuning-Teile übertragen wollen, das ist einfach einmal ein gemoddetes Auto, am besten mit den F1-Reifen und den Bennys-Reifen, es klappt auf jeden Fall mit beiden Reifen. Nämlich sobald wir denn unser Auto gefunden haben, fordern wir dieses einfach einmal an, unser Freund startet jetzt einfach einmal ein Sprintrennen, lädt uns da einfach einmal ein, wir treten einfach einmal den Sprintrennen bei, öffnen dann einfach einmal unser Interaktionsmenü und melden uns jetzt ganz wichtig einmal als CEO an und jetzt warten wir auch nochmal kurz, bis dieses Sprintrennen gleich gestartet wurde. Und sobald das Rennen dann gestartet wurde, fahren wir jetzt einfach einmal zum nächstgelegenen LS Custom, sobald wir da dann angekommen sind, öffnen wir einfach einmal das Interaktionsmenü, gehen einmal auf CEO, einmal auf die Fahrzeuge und fordern jetzt einen Buzzard an, so dass der Helikopter dann auch schon hinter uns steht. Jetzt fahren wir einfach einmal mit unserem Auto einmal in das LS Custom rein und sobald wir im ersten Menü angekommen sind, drücken wir einfach einmal Kreis, um in dieses Menü hier zu kommen. Hier halten wir jetzt einfach einmal die Respawn-Taste gedrückt, so dass unser Bildschirm komplett schwarz wird nach einigen Sekunden und jetzt treten wir einfach erneut dem Anawag-Bot bei. Wir gehen einfach einmal wieder auf Beitreten, kriegen unten rechts die Meldung und die erste Meldung akzeptieren wir einfach einmal, die zweite lehnen wir ab und die dritte akzeptieren wir wieder. Jetzt sprinten wir einfach einmal ganz schnell zu unserem Helikopter hin, also zu unserem Buzzard, der hier oben an der Straße steht, steigen in diesen einfach einmal ein und sobald wir eingestiegen sind, können wir jetzt auch schon einmal den Captain anrufen. Keine Sorge, wundert euch gleich einfach nicht, bei jedem ist das Timing einfach einmal ein bisschen anders, nämlich zu dem Respawn. Das zeige ich euch jetzt einfach einmal, ich bin einfach einmal ein bisschen weggeflogen mit meinem Buzzard und werde automatisch nochmal zurück-TPed. Dieser Schritt ist ganz wichtig und ist auch nicht so schlimm, ihr seht das Ganze gerade einfach einmal, ich werde einfach wieder kurz zurück-teleportiert, sozusagen der verzögerte Respawn und jetzt begebe ich mich einfach einmal mit meinem Buzzard einmal zur Yacht. Das heißt, ich habe den Captain angerufen und warte jetzt hier einfach einmal, bis ich gleich bei der Yacht angekommen bin. Und sobald ich jetzt bei der Yacht angekommen bin, kann ich auch schon auf persönliches Fahrzeug anfordern gehen, bestelle jetzt einfach einmal das Fahrzeug, was ich modden möchte und sobald dieses Fahrzeug angekommen ist, kann ich jetzt auch schon wieder die Respawn-Taste gedrückt halten und sobald ich gerespawned habe und wieder spawne, sollte ich sehen, ich werde mit diesem Auto spawnen, was ich gerade angefordert habe und die Tuning-Teile haben sich übertragen auf das Auto. Das heißt, ich habe jetzt hier erfolgreich mir ein Auto gemoddet mit den F1-Reifen. Ich finde, das Auto sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Jetzt sagen wir unserem Freund einfach einmal Bescheid, er soll das Lobby verlassen und sozusagen das Sprintrennen beenden für uns. Jetzt begeben wir uns einfach einmal zum LS Custom. In dieses können wir ja jetzt reinfahren, da das Sprintrennen beendet wurde. Das heißt, wir fahren einfach einmal mit dem Auto ins LS Custom rein und ändern jetzt einfach einmal irgendwas, um das Auto abzuspeichern. Ich habe hier im Hintergrund einfach einmal die Bremsen geändert, einmal die Serienbremsen und wieder die Rennbremsen. Kann aus dem LS Custom wieder direkt rausfahren und habe mir sozusagen jetzt ein Auto gemoddet. Dieses Auto ist auch schon abgespeichert. Ich hoffe, dieser Glitch hat euch gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen. Checkt gerne nochmal den Fanks-Button ab, um mich zu unterstützen bei meinen Videos. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Ciao.